Und auch nicht wegfliehen mit dem Kopf, gerne ein bisschen in die Literatur. Können Sie noch so ein bisschen in die Literatur rein, mit dem Kopf, also ein bisschen? Ja, das ist zu viel, das ist zu viel. Vielleicht auch einmal ohne Brille, weil so ist es genau, geht es durch die Augen durch und ich sehe eigentlich gar nichts von dir. Jetzt sehe ich da nichts. Sonst, ja, okay, aber Sie müssen sich ein bisschen auf die Flasche konzentrieren. Ja. Nicht so sehr zu mir. Ja, wie Sie wollen. Wollen wir mal gucken? Ich glaube, da ist das drauf, ist schon mal gut. Ich habe mal, ob ich sie gekriegt habe. Ich mache Hochformat, sie leckere einfach weiter. Arbeits-Timing. Genau. So, sehen Sie. Ich will auf die Hände nicht schauen. Noch ein bisschen weiter zu den Krälen rüber gucken. Ja, die sind ja hinter ihren... Ja, aber die Richtung... Ja, ich bin ja auch in den Kratzer. Ja, ganz gut. Das ist, ich weiß anye, nicht auf der... Wir haben ja auch in den Kratzer über das, mit ... ... Untertitelung des ZDF, 2020